Mein Name ist Andreas Büttiger, ich bin Direktor der BLT, Gast am 1. November beim Gipfeltreffen im Theater Dornach. Ich bin sehr gespannt, welche Gipfel wir dort besteigen werden. Ich freue mich auf die Anlage, kommen Sie doch auch. Ich freue mich auf die Begegnung und Gespräche. Ich freue mich auf die Begegnung, die Sie von der Sonne auszuleben hat, dass wir ein Wunscherbund durchge прокultiert haben. Ich freue mich auf die Begegnung. Ich freue mich auf die Begegnung. Untertitelung des ZDF, 2020